Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven von Bierliebhabern. In dieser Brauerei in Brasilien ist nämlich etwas Schreckliches passiert. Bier, das geliebte kühle Blonde, der Gerstensaft und für viele auch der Lebenssaft schlechthin, wird hier einfach von diesem Gabelstaplerfahrer... Nein, ich kann es nicht sagen. Schaut einfach selbst. Auf diesen Schock sollte man am besten erstmal etwas Hopfen und Malz zu sich nehmen. Und dann das Ganze nochmal anschauen, weil man, wie es bei schlimmen Sachen eben ist, einfach nicht wegschauen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017